Die Krähen haben einen ausgeprägten Familiensinn. Wenn eine Krähe in Not ist, kommen die anderen und wollen helfen. Das wirkt unwahrscheinlich auf alle Rabenvögel. Das heißt, alle Eicheläher nicht und Saatkrähe nicht, aber Elsternebelkrähe, Rabenkrähe und Kohlkrabel, die kommen und reagieren da ganz heftig drauf. Das hört sich so an. Ein Klang, so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle Lockerinstrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche. 70 Jahre lang ist, um sie den hohen Anforderungen der Geräte, um sie den hohen Anforderungen einzubinden, um sie den hohen Anforderungen zu geben. 20 Jahre lang ist die Fertigung der Schulz- und Platinvernetzte Silikoncenter im Hintergrund. Begratwurst. 40 Jahre lang ist die Werden. Vielen Dank.